Eine Ahnung hatte ich heut schon, als am Morgen ich wie immer mit den anderen Kollegen durch unser Weltstor ging. Denn seit Wochen war es zu lesen, dass die Auftragslage schlecht sei. Arbeitslos bist du seit heute. Ohne Arbeit, wie stehst du nun da? Und du warst dir nie ganz sicher, ob nicht deine Firma dich macht. Hast dich oft schon in der Zeitung um den neuen Job bemüht. Doch die Auswahl, die war dürftig und so bist du halt geblieben. Arbeitslos bist du seit heute. Ohne Arbeit, wie stehst du nun da? Und du denkst an all die Jahre, wo du deine Kraft und Jugend hier verkauft hast Und verbraucht hast, sag, was hat dir's eingebracht? Für die nächsten 15 Jahre hat man dich nun abgeschoben. Denn arbeitslos bist du seit heute. Ohne Arbeit, wie stehst du nun da? Ohne Arbeit, wie stehst du nun da? Der Betriebsrat war beim Chef heut, doch da war nichts mehr zu machen. Und der Boss sah heut ganz klein aus, er wich unseren Blicken aus. Viel zu lang hat er geschwiegen, hat verharmlos und beruhigt. Arbeitslos bist du seit heute. Ohne Arbeit, wie stehst du nun da? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017